hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wie ihr seht es geht heute nach NRW um genau zu sein zu Allerheiligen Kirmes nach Soos das wird schön mit Kapuze wir sehen ob es da eben so ist so wir sind in Soos wie ihr sonst seht ihr so wie es aussieht gibt es keinen Einstoß